so ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen runde fragment team mit am start sagt mal hallo guten tag voller begeisterung voller energie so jetzt müssen wir mal aufpassen dass hier nicht wieder irgend so ein feuer teufel ankommt gleich gleich gerettet hier oh ja man gut dass du dass du dich um die landmasse kaufsorten vorsicht und jetzt beide angeblich wenigstens auch noch angezündet das war ich ach so okay also ich hab dich dann mit angezündet zumindest damit sie ist vorsicht alter bis ich die waffe gewechselt habe ja ich habe auch gerade den richtigen blackout so warte mal jetzt muss mir mit der spritze vor dem zombie ja ich hab mir auch gedacht alter die jetzt dass das muss ein bot sein oder so sind deutlich ganz knusper so aber ich höre schon gegner voll in der nähe ja ist auch wieder nur ein endgegner und nein bestimmt war genau bowser jetzt hier keine leitern doch hier die hoch müsste doch hier drin seine munition ist nur f rätsel lösen was ja keine rätsel ist ein hinweis naja ich sage mal rätsel da er drücken ich hoffe dir mal hinterher glück gehabt dass nicht blute bei der sie war das doch auch so dass man mal geblutet hat und mal nicht genau das müsste man sich irgendwann auch mal wieder angucken nach den ganzen updates ja es gibt ja jetzt auch so die jetzt sie sogar haben sie rausgekommt auch cool mit neuen map muss man aber auch kaufen ich nicht nicht gedacht dass das nochmal rauskommt die frage ist natürlich ja das game ist noch nicht ganz fertig und die haben schon wieder dlc wir werden beschossen und wurde weißt du von wo ja rechts von dir also laut meiner anzeige weiter oder schleicht hier oben der sack halte das wird mir über zwei ist ja scharf geschossen die frage ist nicht nun mal schnell ein ja den ich gemessert habe ich versuche nur hier von unten zu erwischen ich kann hier mal ein bisschen aber ich sehne der ist oben im haus so ein sack da warum treffen die mal warum treffe ich dich erst denn das sind scheiß ja der ist oben im obersten stock oh alter ach da fliegen die späne aber sie sehen ich sehe einen ja aber er hat mich alter wie treffen die denn mit dieser mistpiste ich hab mir einen headshot verpasst aber ich hab ihn auch getroffen okay bist du jetzt ganz tot oder ja ich bin also du kannst nicht wiederbeleben aber das schaffst du nicht die sind zu zweit oben also oder hatte deine auch so eine weiße klamotte an ja genau okay dann hat er mich da auf dem fenster genau da wo du hinguckst da hat er mich ab es sind zwei links ist auch ein naja und dann hast du erwischt da läuft noch einer um genau in der knalltisch greifen zum fenster bestimmter ich verpiss mich hier mal kurz vor ja schnell rück runter hatte die saue er was zurzeit du musst mich nicht unbedingt wiederbeleben schnauze so warte mal ich muss meine spritze verpassen so dann brauchen wir das gewehr müssen erstmal nachladen alter aber wie die treffen dass ich finde das nicht normal tja naja es gibt ja auch cheater aber manche sind einfach sehr gut ja das stimmt so ein headshot ist jetzt nicht unbedingt genau da oben bin ich gestorben hast du ihn gesehen am fenster da das stimmt doch wieder beide ne mhm weiter jetzt kann ich mich noch verbinden im worfmesser jetzt willst du mit dem worfmesser naja war ein versuch wert schön war es trotzdem z nachher mich